Musik Es waren zumindest gute und konstruktive Gespräche, die wir immer fortsetzen, aber es bleibt offen. Herr Haseloff, sind Sie gestern vorangekommen? Ja, wir sind gut vorangekommen und das wird was. Aber es bleibt noch eine Menge zu tun, aber wenn wir uns alle anstrengen und die Atmosphäre weiter so gut ist, wie sie in den letzten Tagen war, könnte es vielleicht etwas werden. Aber es steht doch noch eine Menge Arbeit vor uns, wo wir heute wieder einen wichtigen Beitrag leisten werden. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.